ja was geht meine freunde selber wieder am start heute mal wieder mit gta 5 online und ja wir spielen großweltjagd 1 großweltjagd ist ja eine der neuen gegner modis und ich dachte ich probiere es einfach mal aus bin jetzt mal random wobei gejoint und schau mal wie gut diese mission ist so wir sind beim jäger team alles klar soviel ich weiß müssen wir als jäger panzer zerstören ob das so einfach ist weiß ich nicht weil wir sind eigentlich nur mit haftbomben ausgestattet und mit baggies die und baggie also mal schauen legen wir doch einfach mal los war auch noch im dunkeln oh nein for san kudo wie das heißt nicht schlecht wir haben drei minuten zeit den panzer zu zerstören alles klar fahren wir einfach mal ich gucke dass ich irgendwie aus dem hinterhalt kommt und den panzer dort irgendwie zerstöre da wird er richtig hart herangenommen der panzer so muss es sein da hat er mich da hat er mich erwischt könnte es sich als schwierig herausstellen aber krieg mal hin wir sind ja zu dritt glaube ich oder zu viert das weiß ich jetzt gar nicht aber wenn man mit dem panzer gut umgehen kann hat man hier eigentlich leichtes spiel aber der panzer ist ja so gut wie zerstört so muss es sein muss irgendwie aus dem hinterhalt kommt irgendwie ja schieß halt nach hinten ist okay kommt noch eine haftbombe und der panzer ist zerstört ja das der ist da und perfekt und wir gewonnen sauber ich weiß gar nicht wie viele runden eingestellt sind ich glaube zwei bin mir jetzt nicht sicher sehen wir gleich wenn wir jetzt diese runde gewinnen sollten sehen wir ob mehr eingestellt wurde oder ob es bei zwei geblieben ist aber macht recht spaß großwildjagd es gibt drei teile davon solltet ihr die andere zwei aussehen wollen schreibt es doch bitte in die kommentare da sehe ich boah geil ihr habt richtig bock drauf machen wir das weil ich finde das ein guter gegner modus so jetzt bis der tod uns scheidet fand ich jetzt fand ich jetzt scheiße fand ich richtig scheiße das hat mir jetzt gar nicht gefallen wenn ich jetzt mit irgendeinem inkompetenten als partner dort rein spawne habe ich auch verloren deswegen finde ich jetzt nicht so toll das finde ich jetzt wiederum geil komm auf bombe und dann tötet er mich ist okay aber der panzer ist auch so gut wie down mehr als die hälfte am leben hat er verloren da habe ich verfehlt schade und da tötet er mich einfach komm wir haben doch fast zwei minuten kriegen wir hin kriegen wir hin schöner wäre es wenn wir uns alle absprechen können dann kann man nämlich so einen kleinen clan schmieden so dass der panzer uns nicht alle gleich töten tut so wie jetzt aber ist alles easy eine minute ist noch drin und da hat er mich wieder aber ich habe glaube auch ein bisschen erwischt komm schon noch 50 sekunden krieg mal hin jetzt konzentration 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 so und da ist er down perfekt sauber match gewinner ok es waren nur zwei runden dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat dann wisst ihr bescheid und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder haut rein und ciao 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 ciao